So, Jana, das darfst du noch mal probieren. Okay. Go, Jana. Jetzt, jetzt, Leute. Du hast doch die besten Erdnussbutter-Sandwich-Finger. Das bringt mir hier total viel. Boah, Erdnussbutter, let's go. Oh, Anne! Jana mit dem Erdnussbutter-Finger. Jetzt muss ich aufs Klo. Einer fehlt noch. Wie, einer fehlt noch. Jetzt laufen. So, erst mal Twitter. Jana, du wolltest mitwittern. Ja, ich muss jetzt spielen. Finger... Rockt... Janas Finger rockt. Genau. Das klingt... Tell me more. Tell me more. Tell me more. Brennt ihr, Hohensöhne. Hallo, ich bin hier mit meinen... Mit meinen Homies und nehme hier auf... Ich könnte eigentlich mal eine Begrüßung machen. Hallo, ich hab vorhin gar keine Begrüßung gemacht. Hallo, ich bin die... Hallo, ich bin die Kitty Erdbeer und... Ja. Also, ich spiele hier CSGO oder... Alter, Jesse James, ne? Das ist Team Rocket. Boah, ich hab erstmal zwei gekillt hier, kein Ding für mich. Lalalala. Kein Ding für den King. Lalalala. Kein Ding für den King, so ein Ding zu bringen. Ah! Plupp. Ja, jedenfalls, ich nehm auf. Und es sind coole Guys dabei. The Gays. Genau. Also... Knöbelbröt... Der... Äh... Sweetie Tweety. Sweetie Bob. Und der Schaffi und das Janer. Boah, meine CS... Meine CS-Aufnahmen sind immer so super professionell. Das ist schön. So, geht los. Jo, geht schon los. Echo? Fragezeichen? Nein, wir kaufen jetzt AWPs. Beste Idee. Aber ne Kevler davon, oder? Kevler. Knöbel, gehen wir auf A. Schaffi, du gehst auf B. Und... Die anderen teilen sich auf. Und ich? Schaffi hat 500 Siege. Ich geh jetzt mal da. Geh vor, Schaffi. Knöbel, komm A. Bitte. Ja, ich geh mit. A. Boah, ich meine, die sind durchs Fenster-Springer. Ja. Geht A. Das ist seine eigene Rasse. Oh, Holz. Ah, fuck, 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 fuck. On Spot schon? Wow. Zwei on Spot, einer rennt Jungle, einer steht on Holz und einer steht... Keine Ahnung. Einer steht on Holz. Ja, on Holz. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, ey, mit dir. Wir nennen das on Holz. On Holz. Ja, on Holz. Der hat aber Holz vor der... Hier Fen... äh, da. Fenster, Loch. Und... Und Fenster. Ich hab keine Munition mehr hier. Muss nachladen. Tot. Ich versuche einfach, Sweetie nachzuarmen. Auf Wut und On Holz. Ich geh einfach mal ein Stück fort. Oh. 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 Es ist schon wieder richtig gut. Ich hatte keine Muni mehr. Ich brauchte ihre Waffe. Was? Hast du mich umgebracht? Nein. Ich musste aber warten, bis was der Gegner tut. Kaufen oder nicht? Nee, ne? Nee, noch nicht. Okay. Okay, cool. Ja, nix. Weil ich hab ne andere Waffe wie du und meine hat nur wenig Munition. Jetzt mal... Soll ich links, oder? Musst du durch das Fenster springen. Kommt mal mit, Bob. Geh mal vor. Ich mag nicht. Oh, die kommen schon wieder. Ah! Ah! Ach, das ist nur Rauchy. Bitte, das ist auch einer. Oh, ich bin tot. Schon Treppe? Wohl mit, das ist ein Decoy und schon. Wow. Ah, und Spot schon. Sofort Treppe. Ah, ich bin geflasht. Okay, die sind so lame. Hinter dir, hinter dir! Ah! Was mag ich denn? Äh, hinter der Kiste? Ja, ich wieg mich erstmal hier in Sicherheit. Ja. Naja, soviel dazu. Ah, fünf Leute. Easy. Ja, okay, doch kein Ace. Hatte ich aber letztens. Oh Gott, ich schäm mich so. Es tut mir so leid. Ich schäm mich auch. In die Hecke mit euch! Kaufen? Sagst du Schaffi, ich würd kaufen? Ja. Ja. Ja, können wir vorstehen. Du spielst doch nur P90. Deswegen ja. Ja, ich mach Echo. Ich schaffe, wie bin ich jetzt unten durch? Nö, nö, alles gut. Bei Wehling. Normalerweise hätte ich Echo gemacht, aber fast schon. Deshalb fragt die. Was macht man das denn? A wieder. Boah, das ist voll schwer. Wie geht's scheiße? Die wissen, wo ich stecke. Hier. Einer ist Palace drin. Mitte ist freie. Nubek. Bomba, down, schön. Schatz. Palace, down. Nubek, vor Holz. Einer ist in Sandwich da, zwischen der Treppe und dem Terris. Sandwich steht noch, anderen Spot ist down. Also Jana, Treppe hoch und dann gleich unten. Unter dir. Unter dir. Noch weiter unter dir. Mhm. Aber das ist doch ätzend. Oh Gott. Ah! Sandwich, Kitty. Sandwich. Immer schön Sandwichen musst du sein. Sandwich. Bin ich die einzige? Oh! Ernst Butter Marmelade. Ich lasse dieses Spiel. Nein. Komm, regeln damit in der Adlerwoche. Adlerwoche? Du musst Fly sein wie ein Adler. Fly wie ein Adler? Was sind die denn jetzt? Wahrscheinlich einer links. Ja. Wahrscheinlich einer links, ja. Der war da. Der Kap Takip. Du musst nicht so vorsichtig sein. Du musst dich einfach umrotzen. Okay. Äh, Shafi, wenn wir jetzt verlieren, verlierst du dann deine beiden AK-Dinger? Nee, ich glaub nicht. Ich hab mein letztes gewonnen. Okay. So schnell geht das nicht. Ecke, oder? Aber ich würde... Ja, würde ich sagen. Das läuft gleich. War's eigentlich inzwischen AK, Knöbel? Hm? Bitte? War's inzwischen AK? Nein. Wir haben die letzten fünf Spiele verloren. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Ja, Mia ist kein AK mehr. Narimos ist kein AK mehr. Okay, dann. Sandwich? Unterholz, einer Palace, einer Armee. Lass uns nächste Runde mal alle fünf abargeln. Die töten mich doch wieder. Ah! Oh, fick dich! Bei Chodo. Spast. Jesse James. Erstmal sparten. Jetzt aber kaufen, ne? Ja. Ja. Ich geh auf A aufs Häuschen. Okay. Hier unten aufs Holz. Connector. Ja, ich mach irgendwas. Also bisher sind wir wirklich nur A gegangen, nicht mal Mitte oder so. Boah, hat ja gereicht. Die gehen jetzt B. Das wär's, ey. Na, glaub ich nicht. Ne, sind nach Main drin. Mitte Smoke. Mitte auf Steps. Was ist das? Ist da oben Jana? Ne. Oder? Das ist ein Decoil. Short. Zu B. Down. Ah! Nein! Ich bin geflasht. Down. Oh nein. Tetris. Hab ich. Alles. Ich flash mich A main rein. Wer ist denn hier, Kitty? Ne. Ne. Ne, ich bin tot. Äh, Mitte ist frei, soweit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach gucken, dass der nirgendwo rauskommt. Ah, die Bombe liegt auf B kurz. SP. War auf B? Ach, ich seh's auf dem Radar. Dann Granate. Woah. I will catch you. I will catch you. Ah! Yay! Yay! Sagt er. Ganz liebenswertig. Ich hab keine Ahnung, was ihr redet. Ihr könntet die ganze Zeit auch binomische Formeln und irgendwie bla bla bla. A Quadrat gleich B Quadrat ist C Quadrat. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Ja. Komm. Haarspalterei. Sandwich gefällt doch jedem, also. Oh ja. Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich hab jetzt irgendwie Hunger. Genau, Sandwich ist halt da, die Ecke. Und die geben wieder A. Mitt sind zwei Stück. Eine Aave und keine Ahnung. Ne, das ist ein Scout, sorry. Wie kann er mich von hier blenden? Der hat doch Chavis Tutorial zum Blenden gesehen. Zum Blenden? Also wirklich. Einer da. Oh oh. Boah. Oh, das gibt's nicht, sorry. Ja genau, du siehst mich. Ich bin hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich komm auf A. Jetzt ist noch mal einer vor Connector. Okay, ich guck Connector von kurz. Die sind schon auf A. Ne. Auf Scheiße. Boah, die schmeißen hier alles. Jungle und vor Connector. Connector raus. Da wo Chavis jetzt geht, da weiß ich noch nicht mal, dass man da gehen kann. Oh Mann, wie hat der mich bitte gesehen? Ah. Ich nehm mal die Waffe mit mir. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. 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 Boah, Schaffi guckt wieder Assi-Fernsehen, ne? Ja. Ein bisschen Leben ist das Beste. Ich kauf mir hier nach erstmal Erdbeerkäse, ja. Boah, das schmeckt eigentlich voll lecker, ne? Ich hab noch nie Erdbeerkäse gegessen. Echt nicht? Ich würd mich gar nicht trauen, das zu kaufen. Das schmeckt halt eigentlich einfach wie leckerer Quark oder so. Wie Erdbeerkwark oder so. Weiß nicht, also so zu Brezen oder so, voll lecker. Gibt die Erdbeest. Gibt die Erdbeest. Erdbeerkäse. Erdbekaase. Ekeo, oder nicht? Ne, kannst kaufen. Normale Kohle. Ich geh jetzt noch mal B, weil da war's schön. Da war's schön. Ja. Ich geh jetzt noch mal B. Hier. Gehen wir jetzt alle grad... Was? Nein, wir... Ich geh A. Ich geh jetzt mal hier Loch. Ich hab mir jetzt ausgedacht, dass es Loch heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf A viele Smokes. Das ist ja schon ein Loch. Einer Loch. Was? Deploying Flashbine. Ja. Äh... Spawn bei denen. Kapitel ist schon. Ja. Down. Sandwich ist schon drin. Ah, da ist einer hier. Keine Ahnung wo. Da wo Jana gestorben ist. Da ist noch die Flash raus. Ist tot. Mitte? Mitte? Immer noch? Irgendwo? Ja. Das ist jetzt der letzte. Das AWP Mitte, oder? Ja. Ja, ist links weg, glaube ich. Ah, rechts. Ach Gott. Und Connector unten, unten. Oh, ist schon drin. String mir bitte ne Aave mit. Dankeschön. Nein, das ist gar nicht drin. Aber nur die mit dem schönen Skin. Das ist das, ich wieder hin zur Shopping Queen. Ich spiele auch nicht jede Aave. Ah, wieder Smokes. Ah. Ich schaue euch. 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 Schon Sandwich drin. Wo? Fuck. Vor Jungle. Einer geht On-Spot. Minus 84. An Stairs. Kommt der gleich da raus? Ne, der bleibt wahrscheinlich links stehen. Links grad aus. Ja, Mann! Ich hab einen getötet. Oh, ja, ich reiß natürlich nichts. White Shadow mit so nem schwulen Herz, ey. Ah! Ne, scheiße. Heißt das Bomb has been planted? Ey, ich leg dir ne Waffe hin. Jana. Danke. Ne, 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 ne. Du musst dir kurz zum kaufen, nur. Ja, ja, mach ich. Mach ich. Mach ich schon durch. Boah, scheiße. Die pushen durch den Smoke auf A. Wäre das nicht gut, wenn wir alle wieder A gehen? Scheiße. Einer Sandwich, einer Armein. Ah. Minus 90 im Palace. Um rechts geht die. Oh, Mann! Ja, leg die Bombe hin. Oh, scheiße. Nice. Jana! Oh. Mensch. Ich hab voll schlechtes Gewissen. Ich auch. Ach, schämt euch einfach. Schämt euch! Ja, weil man euch so runterzieht. Ach, Quatsch. Kaufen wir. Äh, ne. Okay. Jana. Ah, also Jana. Ja. Ich hab ne Kevlar-Beste. Aber, bitte. Wie haben wir das gemacht, als wir zweimal gewonnen haben? Ich weiß nicht. Ich hab mit Shafi und Demi gespielt, als ich zweimal gewonnen hab. Nee, äh, ich mein jetzt, ähm... Die zwei unten hier wahrscheinlich? Ja. AWP im Palace. Mitte stand noch einer. Einer war noch, äh, Sed, äh, Tetris. Ja, okay. Mit hat mich geholt. War dumm. Äh, am Spawn da ist einer mit AWP oder so. Na, Tetris. Mitte, hinten, links, oder rechts ist hier jetzt, glaub ich, shit noch mal ab. Ah, hier oben! Toll, ich hab vier Leben. Ich hab meine AWP auch immer Blackkiss. Ich geh jetzt von da hinten noch mal rein. Zwei Leben. Äh, wenn Kitty stirbt, dann kannst du auch die Waffe einfach in die nächste Runde nehmen. Also, dass ich nicht sterb? Solltest du durch ein Wunder alle wegnatzen, dann kann Jana noch kommen. Okay. Ansonsten wäre es sinnvoller, wenn sie die Kustungen und Waffen mitnimmt. Wo? Links von dir müssen die kommen, man. Schön. Schön. Äh, soll ich gehen? Boah! Der letzte. Los, komm, drauf. Nein, lauf Kitty, lauf auf. Beiden Seiten. Beiden Seiten musst du drauf. Greif an, Kitty. Lauf, lauf, lauf. Greif an, Kitty, ich bin auch da. Greif an, greif an. Ah, okay, ich, äh, nicht. Ich geh, ne? Ja. Der geht auch weg. Aber gut, spring da aus dem Fenster. Spring da aus dem Fenster. Spring da aus dem Fenster. Und geh in den Tunnel rein. Und lauf. Lauf, schlanker. Lauf. Und jetzt spring auf einem Bein und mach Katzengeräusche. Jaau. Ja, schöne Sache. Okay. Aber drei hast du weggeholt. Oh. Wollen wir mal 4a machen? Hm? Was? 4 auf A und... Ich geh auf B. Okay. Ja, aber da kommen wieder die Smokes auf jeden Fall. Ja, die pushen auch durch den Rauch schon durch. Mist. Ein... Oh, eine ist Palace. Ja, dann pushe ich über T-Spot. Schön, T-Rampe kommt. Einen hab ich schon. Ah, äh, Mitte. 2. Pass auf, ne bitte. Wow. Oh Gott. Ach, der ist schon durch. Ja, da kommt T. Fuck. Dumm. Oh, toll. Ich bin als Einzige. Nein. Ich bin zu vorsichtig, oder? So. Ich bin die Beste, drum bin ich immer am Schluss noch da. Ja. Ja. So kann man's aufsehen. Ja, ich hab wieder gekauft. Hätte ich nicht tun sollen. Ich hab auch gekauft. Ich mach Echo. Du hast ja genug Geld. Echt? Du hast 8000. Du hast am meisten. Das meiste. Das ist so ein Knopf. Okay, die LV, der Sparfuchs. Sparfuchs. Was ging denn in den Bauch? Sparvertrag oder so rein? Mit der Snabe? Okay. Palace. ABP. Ah, Mann ey, ich geh da nicht mehr hin. Nein. Genau. Scheiße. Ah, 2 Stück Connector. Hat sie getötet mit Black Kiss. Wo war der Typ? Komm A, Connector. Woll. Woll. Hat die mit mir sein. Ach Mist. Es ist so mies, wenn man da nicht steht. AWP steht arme hin drin. Ah. Boah, oh Gott. Boah, ich will auch mal eine AWP. Mann. Ich glaube, ich könnte damit gar nicht umgehen. Die Kitty könnte die eine hinlegen. Kaufen oder nicht kaufen? Äh. Wie, wie, wo gibt's die? Bei Gewehre. Ach, die Kitty. Die Kitty muss mir keine hinlegen. Kauf ich selber. Ich hab doch Geld. Du hast aber dann keine Wüstung. Ja. Scheiße. Warte, ich geb dir jetzt eine. Ich hab Kitty. Kauf nicht. Was? Okay. Den meint der Typ die ganze Zeit. Was sagt der denn? Ich glaub, er will alle heiraten. Also, eine... Er will uns heiraten. Und eine will er auch für zwei. Okay. Sie hat irgendwie eine ungesunde Einstellung zu Frauen gegenüber. Ja. Eine aber weg. Schön. Jeffy, dich? Ja, ich will geheiratet werden. Ah. Im Kek-Eck. Oder rechts. Ich weiß nicht wie ihr das nehmt. In dem Ecke. Ich geh wieder auf A. Oben ist nur back. Ah! Weg. Ist er oben? Ich hab eine. Hahaha. Mit der A, wo der eilig ist. Ist schon vorher still. Hahaha. 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 Ich geh. Spack so. Hahaha. 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 Oh nein. Was hab ich gemacht? Hab ich was Schlimmes gemacht? Ne, ich lach nur so. Hahaha. Weil du wie so ne Hexe bist einfach. Hahaha. Hilf mir doch mal. Ich komm da. Alles gut. Hahaha. Ah! Ohohohohohoho. Ohohohoho. 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 Welche Treppen? Ja. Da wo du hin zielst. Noch ein Stück weiter. Oh. Muss nachladen. Ah! Auf mich hat einer geschossen. Das ist ja böse. Die haben noch nicht geplantet. Böse Möse. Jetzt aber. Jetzt aber weh. Mann ey. Das ist der Grundentrick. Ah! Boah! Spass alter. Du lässt das irgendwo links hin. Oh mein Gott. Was der noch? Im Laden. Im Laden. Der ist am verkaufen. Hahaha. Was verkauft der denn? Bildos? Ich brauch 9. Der ist der. Der ist der. Oh Gott. Attention. Ah! Oh. Mytho. Team Rocket hat wieder gesiegt. Das ist aufregend. Das war aber wieder ein Schuss in den O-Feld. Es steht doch nicht wirklich 2-11 oder? Nein. Das sieht nur so aus. 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 Tut tut mutterfuck. Ficker. Tut tut. Ja unsere vier Sterne und die Doppel-A-Card. Das merkt man so langsam. Es ist halt ein Teamspiel so unten. Ah! Da. Äh. Durchgang. Keine Ahnung. Ach Mist. Können wir dich hier nicht irgendwie mal verarschen auf B? Wenn die dann nie lang gehen. Ja genau. Die können dann von hinten penetrieren. Scheiß. Ja dann. Du musst. Aber ich lauf da lang. Komm bis dahin. Was muss ich? Was ist das denn hier? Kann ich da durch? Nee. Du kannst die Leiter hoch. Ja, aber da ist doch nix. Ach, da ist ein Loch. Da kannst du durch. Ah. Ja, Mann! City. Einer. Was? Äh, City's one. Done. Und unterm Holz ist der letzte. Ah, ich glaub getroffen. Scheiße. Also Janna, den du mal gesehen hast, das ist der letzte. Du hast keinen Defuse Kit. Ich nicht, ne. Janna, ich hab was gehört. Jaaaa! Hab's gehofft, glaub ich nicht. Krieg, der Verlust und Errungenschaft. Ohne Kit hat's das nicht geschafft. Jaaa! Baaam! Erstmal randalieren. Letzte Runde. Nein. Oh, die sind nicht verkauft. Janna, dann komm mal mit auf B. Wir gehen jetzt von hinten penetrieren. Ich hab jetzt gecheckt, wie man da hochkommt. Aber egal. Spaß für die ganze Familie. Was? Spaß für die ganze Familie. Von hinten penetrieren. Oh, jetzt hier ganz cool durchsetzt. Ich kauf jetzt alles, was geht, so. So. Okay. Mitte steht einer. Ah, ich muss auf das Auto. Alles klar. Oh, schon Treppe. Oh, Mensch. Okay, jetzt erwarten sie uns wahrscheinlich, weil... Schleichen? Äh, die kommen zum Spawn bei uns. Wir haben keine... Oder? Ne, die haben noch nicht geplant heute. Schleichen oder nicht so? Ne, ne? Du schleichst nicht. Die werden eh schon alles abäimen. Jetzt vielleicht. Soll ich rausrennen oder eher nicht so oben? Ah, die sind in den Blöcken da. Ah. Und... Boom. Was heisst GH? Gut half. Gut half. Achso. Gut was? Gute Hälfte. Achso. Gut half, Bliot. Ey Güllerin Ben. Dürüm Dönner. Dürüm Dönner. Einer zum Mitnehmen. Also, äh... Warte, was? Echo? Der ja. Dürüm Dönner. Okay. Wir gehen ja mal auf B. Ja, würde ich auch sagen. Bombe bitte auch. Ja. Sag dir, wenn ich schleichen muss. Nicht schleichen, einfach durch. So schnell wie möglich dahin. Und töten, töten, töten. Einer auf dem Spot. Okay. Geht kurz. Ja, ich steppe wieder als Ernstes. Dann. Da kommt noch einer. Oh shit. Dann. Dann. Kitchen. Oder Laden. Oder was auch immer. Tür. Oben. Apartments. Oh fuck, der steht am Gitterfenster. Oh. Komm. Ach, Mensch. Oh. Ich kann auch mal seuchten. Dankeschön. Trauerspiel. Ach. Ich kann auch mal seuchten. Trauerspiel. Ach. Echo. Ja. Theoretisch müssen wir nicht. Wir schaffen das glaube ich nicht mehr. Ach. Ach. Du hättest den Runden am Stück zu. Na gut. Okay. Komm. Mann, das ist voll scheiße, ich will jetzt gewinnen. Ich auch! Äh, Shaffi, mach dir mal einen Smurf. Ich hab einen, aber der ist noch höher eingeringt. Oh, mein Gott. Toll. Dat bringt nix. Mach den noch einen. Warte mal, ich frag mal... Ah, der ist schon einer! Ja, genau. Das ist super. I smell an Ace incoming. Oh. Oh! Oh! Der war gut. Ich hatte die ganze Zeit hinter mir. Ich, ähm, nun. Sah aber lustig aus. Ich spiel gleich mit dem zweiten Count von Vladdy. Okay. Vladdy, wieso? Let's go! Let's go! Na, weil der, äh, hat wohl einen, der nicht so hoch gerankt ist dann, oder? Ja. Mhm. Ja, jetzt zum Einspüren und warm werden ist das jetzt mit, mit seinem Account so ein bisschen nachteilhaft für uns. Ja. Ja, lustig. Stairs. Ja, vor allem für seinen, für seinen Rang auch. Oben vor Palace. Ich mach mal die Vase kaputt. Ich mach mal die Vase kaputt. Von Holz. Alter, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Please marry me, Senpai. Do you like longboards? Ich schreibe jetzt erst mal Noobs. Ich kenne das. Ja, das ging ja noch vom Rang her. Jetzt hab ich Hunger. Frustessen? Er ist nach jedem Spiel kurz AFK, das ist normal bei ihm. Okay, dann mach ich jetzt erst mal wieder kurz ne Abmoderation. Schön, danke, hau's rein. Hau's rein. Tschüss. Tschüss.